Noch keine Ahnung, was du machen willst. Ich zeige dir jetzt eine Möglichkeit, deine Stärken rauszufinden und sogar gleich Vorschläge zu bekommen, für welche Berufe du diese nutzen kannst. Wir machen jetzt zusammen den Berufsorientierungstest von Stutzubi. Den findest du auf der Homepage stutzubi.de. Also zuerst bewertet man 30 Aussagen von passt gar nicht zu mir bis passt total zu mir. Das geht auch wirklich total schnell. Ich habe dafür nicht mal fünf Minuten gebraucht. Dann gibt man noch Namen und E-Mail-Adresse ein. Das Ergebnis wird nämlich per Mail geschickt. Da ist auch schon die E-Mail und da ist der Link. Also meine individuellen Stärken liegen vor allem im Verwaltenden, aber auch im Praktischen und im Sozialen. Cool. Dann können wir jetzt rausfinden, für was mich das geeignet macht. Zuerst kann man noch ein paar Dinge anpassen, zum Beispiel welchen Abschluss man hat oder ob man nach Ausbildung oder Studium sucht und den Standort, zu dem die Stellenangebote passen sollen. Außerdem könnte man noch auswählen, ob nur Stellen angezeigt werden sollen, mit denen man auf einer der kostenlosen Stutzubi-Messen in ganz Deutschland gleich persönlich Kontakt knüpfen kann. Okay, das klingt doch alles schon mal ganz cool. Wenn ein Stellenangebot dann interessant klingt, kann man es anklicken und man findet dann dort noch Details und Infos zu Inhalten, Voraussetzungen und zur Bewerbung und Kontakt. Jetzt bist du dran. In welchen Bereichen liegen deine Stärken? Und hat es dich überrascht?